Und bald am Morgen hielten die Hohenpriester einen Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze Rat, und banden Jesum und führten ihn hin und überantworteten ihn Pilato. Und Pilatus fragte ihn, bist du ein König der Juden? Er antwortete aber und sprach zu ihm, du sagst es. Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermal und sprach, antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen! Jesus aber antwortete nichts mehr, also, dass sich auch Pilatus verwunderte. Er pflegte aber ihnen auf das Osterfest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie begehrten. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührerischen, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er täte, wie er pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester reizten das Volk, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Was wollt ihr denn, dass ich tue dem, den ihr schuldigt, er sei ein König der Juden? Sie schrien aber mal, Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen, Was hat er Übles getan? Aber sie schrien noch viel mehr, Kreuzige ihn! Pilatus aber gedachte dem Volk genug zu tun und gab ihn Barabbas los und überantwortete ihnen Jesum, dass er gegeißelt und gekreuzigt würde. Die Kriegsknechter aber führten ihn hinein in das Richthaus und riefen zusammen die ganze Schar. Und zogen ihm ein Purpur an und flochten eine dornene Krone und setzten sie ihm auf und fing an, ihn zu grüßen, Gegrüßt seist du, der Judenkönig! Und schlugen ihm das Haupt mit dem Rohr und verspeilten ihn und fielen auf die Knie und beteten ihn an. Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und führeten ihn aus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwang ein, der vorüberging mit Namen Simon von Kyrene, der vom Felde kam, der ein Vater war, Alexandri und Rufi, dass er ihm das Kreuz trüge. Und sie brachten ihn an die Städte Golgatha, das ist verdolmetscht Schädelstädte. Und sie gaben ihm Mürren im Wein zu trinken, und er nahm's nicht zu sich. Und da sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, welcher was überkäme. Und es war um die dritte Stunde, da sie ihn kreuzigten. Und es war oben über ihn geschrieben, was man ihm Schuld gab, nämlich ein König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Mörder, ein zu seiner Rechten und ein zu Linken. Da war die Schrift erfüllt, die da sagt, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Und die vorübergingen lästerten ihn und schüttelten ihre Häupter und sprachen, Pfui dich, wie seien zerbrichst du den Tempel und baust ihn in drei Tagen. Hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desselbengleichen, die hohe Priester verspotteten ihn untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er Christus und König in Israel, so steige er nun vom Kreuz, das wir sehen und glauben? Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und nach der sechsten Stunde ward eine Finsternis über das ganze Land, bis um die neunte Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama asabtani, das ist verdolmetscht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche, die dabei standen, da sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elias. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und drängte ihn und sprach, Halt, lass sehen, ob Elias komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschiet. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, gegen ihm über, und sah, dass er mit solchem Geschrei verschiet, sprach er, Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Weiber da, die von Ferne solche schauten, unter welchen war Maria Magdalena und Maria des kleinen Jakobi und Joses Mutter und Salomé, die auch ihm nachgefolgt, da er in Galiläa war und gedient hatten und viele andere, die mit ihm hinauf gen Jerusalem gegangen waren. Und am Abend, die weil es der Rüsttag war, welcher ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimatia, ein ehrbarer Ratsherr, welcher auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilato und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber verwunderte sich, dass er schon tot war und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er längst gestorben wäre. Und als er es erkundet von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Und er kaufte eine Leinwand und nahm ihn ab und wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das war in einen Fels gehauen, und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria Magdalena und Maria Joses schauten zu, wo er hingelegt ward. Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria Jakobi und Salomiespizerei, auf das sie kämen und salbten ihn. Und sie kamen zum Grabe an einem Sabbatherr sehr früh, da die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen dorthin und wurden gewahr, dass der Stein abgewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Kleid an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, Entsetzet euch nicht, ihr suchet Jesum von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden und ist nicht hier. Siehe da, die Städte, da sie ihn hinlegten. Geht aber hin und saget es seinen Jüngern und Petro, dass er für euch hingehen wird in Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell heraus und flohen von dem Grabe, denn es war sie zittern und in Sätzen angekommen und sagten niemandem nichts, denn sie fürchteten sich. Jesus aber, da er auferstanden war früher am ersten Tage der Sabbata, erschien er am ersten der Maria Magdalena, von welchen er sieben Teufel ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündigte es den, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und dieselben, da sie hörten, dass er lebte und wäre ihr erschienen, glaubten sie nicht. Danach, da zwei aus ihnen wandelten, offenbarte er sich unter einer anderen Gestalt, da sie aufs Felde ging. Und dieselben gingen auch hin und verkündigten das den anderen, den glaubten sie auch nicht. Zuletzt, da die Elfe zu Tische saßen, offenbarte er sich und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Herdigkeit, dass sie nicht geglaubet hatten den, die ihn gesehen hatten, auferstanden und sprach zu ihnen, Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die da folgen, werden denen, die da glauben, sind die. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben und so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben gen Himmel und sitze zur rechten Hand Gottes. Sie aber gingen aus und predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Lasst uns weiterarbeiten und pflichtbewusst die Verantwortung wahrnehmen, die uns gegeben ist. Sucht ein Leben mit Sinn und erkennt eure Berufung. Bringt ein Leben mit Sinn die Fülle in mein Dasein? Wird mein Dasein bedeutsam, wenn ich meine Berufung erkenne? Bestelle das Fiebelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fiebelzeit.de Und es wird ein Leben mit sonstreich weggearbeitet. wenn es nicht anders gibt.